Hallihallo, Hallöche meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welly! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Entwickler-Update-Video. Ja, haben sie uns gestern ja schon angeteasert, da haben wir ja schon Mickey Mouse gesehen in so einem schwarz-weißen Steamboat-Skin. Und heute werden wir mehr erfahren. Ich hoffe, es wird das Datum geben, wann das Update kommt. Ich glaube ja immer noch der letzte Mittwoch im August, ich glaube 27. oder sowas ist das, oder 28. August. Ich hoffe, wir werden erfahren, was für Charaktere wir bekommen, was für Neuerungen wir bekommen. Viele vermuten ja oder wollen, dass Jasmin und Aladin endlich kommen oder Genie und der Teppich, obwohl ich glaube, sie werden nur Jafar bringen. Es wäre natürlich schön, jetzt nochmal zum Abschluss von Akt 3, das wird ja das letzte Update für die Erweiterung sein für Rift in Time, dass sie da nochmal was raushauen. Also zumindest zwei Charaktere wären cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt gerne eure Erwartungen in die Kommentare, was ihr vom Video haltet. Ich habe es noch gar nicht angeguckt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich würde sagen, wir gucken uns das erstmal in Ruhe an. Und dann schauen wir nochmal ein zweites Mal rein. Dann werde ich auf die ganzen Sachen nochmal einzeln reacten. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwie im Video schon was sage. Mal gucken. Mal gucken, wie toll das alles sein wird. Let's go, legen wir los. Courtney ist wieder am Start. Courtney. Ja. Oh. Cool. Nicht noch mehr kochen. Ja, das haben wir schon. Das sieht gut. Oh. Schön. Schön. Inventar ist immer voll. Und der nächste Essensstand. Ja, ist nett. Ist nett. Ja. Ich sag gleich nochmal was dazu. Ja. Verbesserung, Verbesserung. Oh. Rachel. Ach, das kommt jetzt schon. Ah, wie cool. Ja, bitte. Auch gut. Haben wir schon gesehen. Wunderbar. Ja, gut. Ja, gut. Auch gut. Ach. Auch schön. Ja. Ach, witzig. Das ist auch eine coole Idee, finde ich. Ja, ich übertreibe ja komplett. Noch mehr Neuerungen. Und Verbesserungen. Meanwhile on Eternity Isle. Hi, Ryan. Jetzt bitte mehr Charaktere, bitte. Oh, Junge. Ich bin ja schwarz-weiß. Haha. Jafar's Schemes by using your own Ingenuity and Imagination. Gather your villagers, stalk of the mist and prepare to serve your work lives on the doors of Jafars Palace. Jafars Palace gehen wir rein. Okay, Jafar. Jafar. Okay. We won't spoil how you could possibly get to this point, but we can't wait for you to experience it for yourself. Now we can't end this developer update without a final important bit of information. Our next free update arrives on all the 21st. 21st. Och. Ach. Ach, das ist eine Überraschung. See you in the Valley. Okay. Okay, dann kommt ja schon nächste. Es kommt echt schon nächste Woche Mittwoch. Wahnsinn. Also jetzt nach sieben Wochen haben sie jetzt schon ein neues Update praktisch gebracht. Eine Woche nach Ende des Sternfahrts. Okay, das ist geil. Da können wir uns nächste Woche auf was freuen. Seid gerne dabei. Wir werden natürlich wieder Streams machen. Jetzt mal wieder drei, vier Tage hintereinander machen wir wieder Streams. Ich werde natürlich Videos machen zu allen Neuerungen, Tipps und Tricks und Geheimnissen. Daumen, äh, lasst gerne ein Abo, ein Like da. Okay. Okay, dann werden wir wahrscheinlich leider nur Jafar bekommen. Ja, wir gucken uns doch mal alles von Anfang an an. Wir gehen jetzt doch mal alles durch. Machen wir doch mal den Sound ein bisschen leiser. Ja. Ich bin jetzt nicht vollkommen geflasht, muss ich sagen. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich reacke jetzt mal auf die Sachen. Das finde ich schon mal sehr schön. Das ist aber nicht Tianas Haus, oder? Das ist ein komplett anderes, glaube ich, ne? Das ist wahrscheinlich so ein Mondsteinshop-Haus, ne? Gefällt mir aber das Haus. Finde ich schön. Man muss sich natürlich mit diesem 1920er, mit diesem 20er-Jahresstil ein bisschen anfreunden können. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan davon. Aber ich finde es ganz schön, auf jeden Fall. Ich finde es hübsch. Sie ist auch cool, finde ich. Sie ist ein cooler Charakter, ne? Sieht gut aus. Ein bisschen frisch, jung. Ja, das gefällt mir. Schöne Farbe hat auch das Kleid. Und es wird mehr Kochen geben. Oh nein! Ich bin ja nicht der größte Koch-Fan. Das wisst ihr ja. Dafür angele ich aber umso gerne. Umso lieber, meine ich. Ja, ich bin gespannt. Es wird jetzt praktisch ein neues Restaurant geben. Mal gucken, was das für einen neuen, frischen Wind reinbringt. Obwohl ich ja sagen muss, ich bräuchte jetzt eigentlich nicht noch ein Restaurant. Ich finde es immer so ein bisschen einfallslos, wenn ich ein bisschen Kritik übe. Darf ich jetzt noch mal ein Restaurant bringe? Ich denke, natürlich passt das zu ihr. Aber mir reicht eigentlich auch schon Cheriemi. Ich muss erst mal gucken, wo das Haus überhaupt hin kann. Mal gucken. Aber heißt das, wir kriegen hier ein Tiana-Restaurant und auf der anderen Insel auch eins? Wie Rémi? Oder wie wird das sein? Da bin ich mal gespannt. Auch von innen finde ich es ganz schön. Ja, finde ich auch ganz gut. Genau, das ist dann ihr Restaurant, haben wir ja schon gesehen. Finde ich, sieht gut aus. Hier haben wir auch ihren Essensstand, der gleich darüber kommt. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Stand brauchen. Wir haben jetzt schon den Mulan-Stand, wir haben den Gaston-Stand, wir haben den Christoph-Stand, wir haben die Goofy-Stände, jetzt kriegen wir noch einen Tiana-Stand. Ja, ja, mal gucken. Ist ganz nett. Ich bräuchte jetzt nicht noch mehr von diesen ganzen Essensständen eigentlich. Mal gucken. Ja. Weil zum Beispiel zu Mulan gehe ich eigentlich auch nie. Was gibt es da nochmal? Tee gibt es da. Ich habe da bisher noch nie was gekauft außerhalb der einen Mission, wo wir Tee brauchten. Vielleicht kommt er in Zukunft ja nochmal ein bisschen mehr. Aber das Haus ist sehr, sehr schön. Auch hier die Tische mit den Stühlen gefallen mir. Ist gut. Finde ich, sieht gut aus. Mal gucken, wo ich es hinstelle. Inventar ist immer voll. Durch die Freundschaft mit Tiana könnte Tiana das Essensstand freischalten. Ja, okay. Okay, da gibt es dann einfach, da gibt es einfach schon gekochte Gerichte. Das finde ich aber ganz cool. Vor allem für Leute, die nicht gerne kochen möchten. Die können sich die Gerichte dann direkt hier holen. Ja, widerspricht zwar ein bisschen dem Restaurant von ihr, aber finde ich gut, dass es da fertige Gerichte gibt. Mal gucken, wie viel Energie die aufladen. Finde ich dann ganz nett. Ja. Finde ich auch, also es gibt wieder neue Küchentheken, ja, neue Lampe, sehe ich hier, ein paar Klamotten. Ist nicht so ganz mein Stil. Das sieht schon ganz schön aus. Ich mochte dann die Mulan-Sachen doch ein bisschen lieber. Aber ich finde gut, dass sie eine Varianz reinbringen. Dass sie jetzt diese 20er-Jahre-Stil durchziehen. Ich würde mir jetzt persönlich nicht noch eine Küche bauen. Und ich finde es doch cool, wenn sie in den 20er-Jahre Kühlschrank genommen hätten. Der Herd und der Kühlschrank passen da nicht so richtig rein. Aber es sieht ganz cool hier aus, mit diesen kleinen Sachen. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal die Küchentheken holen werde. Mal schauen, der Wagen ist auch ganz schön. Donald sieht gut aus. Den finde ich auch schön in den Skin. Der muss natürlich alles holen. Wird wahrscheinlich im Sternfahrt drin sein. Das ist nochmal ein bisschen leiser. Das finde ich eins der besten Fieser. Also, Tiana kann man schon mal sagen, ist nett. Also, finde ich jetzt nichts wirklich überraschendes. Sieht gut aus. 20er-Jahre-Sternfahrt hier Restaurant. Ne, ein paar wahrscheinlich 20er-Jahre-Angehauchte-Mondstein-Shop-Sachen werden wir bekommen. Ist ganz nett. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Passt gut zu ihr. Sieht gut aus. Ne? Sieht gut aus. Ich bin jetzt aber nicht übelst geflasht. Das ist natürlich jetzt sehr cool. Wir können endlich zusammenspielen. Ich spiele auf der PlayStation 5. Endlich könnt ihr mich besuchen und ich kann euch besuchen. Das heißt, endlich können wir neue Valley-Touren machen mit Leuten, die auf PC und Switch spielen. Cool, dass es jetzt schon funktioniert. Ich denke, das kommt erst in einem halben Jahr oder so. Cool. Leider ist der Multiplayer immer noch ein bisschen langweilig. Man kann ja leider nur Steine hacken, angeln, ein bisschen Sachen tauschen. Da hätte ich mir jetzt noch gerne ein Multiplayer-Update gewünscht. Dass da noch ein bisschen mehr gekommen wäre. Leider haben sie es nicht gemacht. Schade. Kommt wahrscheinlich irgendwann nochmal alles. Das finde ich auch sehr gut. Ja, Suchleiste werden wir jetzt bekommen. Da können wir jetzt unsere Gegenstände eingeben. Man muss halt nur den Namen der Gegenstände wissen. Also manchmal haben die ja so seltsame Namen. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Finde ich gut, dass sie es jetzt schnell ins Spiel bringen. Wird sich auch viel gewünscht. Das finde ich auch cool, dass man jetzt so favorisieren kann. Ja. Das finde ich auch eine ganz nette Neuerung. Aber leider ziehe ich mich nicht so oft um. Ja, und es wird jetzt, und du kannst jetzt verschiedene Outfits speichern und den Namen geben. Finde ich aber ein bisschen schade, weil damit ja diese Schaufensterpuppen so ein bisschen unnütze werden. Weil das war ja eigentlich praktisch immer der Speicherpunkt für sein Outfit. Wofür brauche ich denn jetzt noch diese Mannequins oder Modepüppchen? Die brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht, wenn ich das alles im Menü abspeichern kann, oder? Finde ich ein bisschen schade. Oder hat das noch eine andere Funktion? Eigentlich nicht, ne? Habe ich leider auch persönlich nie genutzt, weil ich eigentlich immer nur ein Outfit anhabe. Oder, ne? Ich wechsle das so ein bisschen meine Jacke oder meine Hose. Finde ich aber trotzdem cool, dass es im Menü geht. Gefällt mir. Ja. Es wird auf jeden Fall noch mehr geben. Gucken wir uns alles an. Wahrscheinlich werden auch noch weitere Videos und Infos kommen. So, jetzt Rift in Time, Akt 3. Ja, ich sag jetzt schon mal vorneweg, ich würde es ein bisschen enttäuschen, dass sie nur Jafar bringen. War ja eigentlich schon klar, ja, ich hätte mir zumindest noch Aladdin gewünscht, oder? Also, ich finde jetzt, einen Charakter finde ich schon schwach jetzt für den Abschluss. Muss ich leider sagen, ich bin ein bisschen unterwältigt. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch ein großes Geheimnis und sie bringen doch noch Aladdin und Jasmin oder so. Aber, guck mal, Rift in Time, Akt 1, haben sie drei Charaktere gemacht. Das war cool. Da haben sie in Akt 2 jetzt noch Oswald gebracht. Also, vier Charaktere. Lass es jetzt fünf sein. Mit Jafar. Muss ich sagen, finde ich für ein 30-Euro-Update, beziehungsweise für eine 30-Euro-Erweiterung etwas wenig. Da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht. Das tut mir leid. Also, ich hätte jetzt wirklich mit mindestens zwei gerechnet. Jetzt nochmal als großen Abschluss. Vielleicht kommt da ja nochmal was als Überraschung. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, es wird halt wirklich nur Jafar kommen. Jafar ist cool, aber kennt man halt schon seit einem Dreivierteljahr. Und war sehr erwartbar. Hm. Mal gucken. Die Missionen werden mir schon wieder ganz cool werden. Ja. Micky kriegt seinen neuen Skin. Ja, finde ich auch ganz lustig. Ist auch okay. Ne. Ich bin jetzt nicht der große Steamboat-Willi-Fan. Ja, es gibt da wieder die große Mission, wo wir Jafar rausholen werden, natürlich. Ja, ja, ja. Das wird mir schon ganz cool gemacht werden, glaube ich. Bei meinem Barte. Ja, das haben sie schon wieder ganz nett gemacht. Cool. Und es kommt alles nächste Woche. Das ist sehr, sehr geil. Das finde ich richtig cool. So, wie schnell. Also, ich hätte jetzt wirklich in zwei Wochen damit gerechnet. Eine Woche nach Ende des Sternfahrts kommst. Da können wir uns wirklich drauf freuen. Ich bin aber, muss ich sagen, ich bin, ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie krass geflasht. Dieses mit Playstation finde ich cool. Dass wir jetzt schon miteinander spielen können, finde ich. Das finde ich ganz nett. Tiana wussten ja jetzt schon mit dem Gebäude und so weiter. Ne. Ich hätte mir jetzt von Rift in Time Act 3 mehr erwartet. Da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt nur Jafar kommt. Hm. Ja. Also, ich finde, den ganzen Rift in Time-Dingen fehlen einfach mehr Charaktere. Es hätten jetzt noch drei kommen müssen. Schreibt da gerne mal eure Meinung zu. Ich glaube, da werden viele enttäuscht sein etwas. Ja. Mal gucken, vielleicht kommt noch eine Überraschung. Ne. Kommt beides am selben Tag aber raus. Ja, man sieht ja auch nur hier Jafar. Ja. Genau, ist dann auch das Ende. Ja. Ey. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin aber nicht so krass gehypt. Mal gucken. Ne. Wir werden das natürlich alles durchspielen. Aber Tiana ist cool. Aber ach man, warum haben sie nicht noch ein, zwei Charaktere mehr gebracht? Oder? Mensch. Also, für 30 Euro hätte ich echt mehr erwartet. Das hat doch gut angefangen mit Rapunzel Gaston. Und wen haben wir denn noch? Und Yves. Iva. Oder? Da hätten sie doch jetzt noch mal zum Schluss drei Dinger raushauen können. Finde ich ein bisschen schade, dass es nur wieder zwei sind. Ja. Ne. Sternfahrt ist natürlich Geschmackssache. Finde ich. Ist gut. Der Asiatische hat mir persönlich erst besser gefallen. Aber 1920er ist auch schön. Keine Frage. Gefällt mir auch. Ich hoffe, Rift in Time, ähm, wird noch ein bisschen Überraschungen parat haben. Vielleicht mit der Zeitwerkbank. Ich hoffe, neue Wege, neue Bäume, neue Gegenstände wären sehr, sehr cool, ne. Und die Neuerung finde ich auch cool. Diese Suchleiste, schön gemacht mit den Klamotten, finde ich ganz gut. Auf jeden Fall ist es wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hätte mir aber noch mal ein großes Multiplayer-Update gewünscht. Dass man noch mal mehr Möglichkeiten hat oder so. Also, ich hoffe, da wird noch mal die nächsten Monate oder Jahre auch noch viel kommen. Alles klar. Ja, lasst gerne ein Abo und Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wir werden nächste Woche natürlich alles durchspielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Danke, danke, danke schön fürs Einschreiben. Schreibt wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Kommt bei mir in die Discord-Gruppe, Facebook-Gruppe. Alle Links in der Kanale und Videobeschreibung. Folgt mir bei Instagram. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder Stream wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.